Also, heute haben wir ca. 25 Grad. 5.45 Grad. Noch wieder in München. Und jetzt geht's wieder los mit Bemixeln. Jetzt können wir auch wieder täglich ein wenig. Go rideen. Geil. Die Bete ist auch wieder dabei. Ich bin wieder dabei. Zeig's dir doch mal etwas. Hey! Hey! Oh! Yeah! Woo! Um, um! Ja, oder? Jetzt bin ich noch mal. Und dann? Ja! Ja! Galt! Ah! Auch ein Brunner, ja. Das war aber nicht das, was ich sehen wollte. Pull up! Pull up! Ja!